Alex Soziale Organisation für die Vermittlung von Menschen mit Beeinträchtigungen besteht aus verschiedenen Teams, die in einem engen Austausch miteinander stehen. Für die reibungslosen Abläufe ist es wichtig, dass Informationen jederzeit allen zugänglich sind und untereinander ausgetauscht werden. Ein weiterer wichtiger Faktor für die zufriedenstellende Ausübung der Tätigkeit ist die Verlässlichkeit von Absprachen, die innerhalb der Teams getroffen werden, sowie die Erledigung der dazugehörigen Aufgaben. Bisher wurden hauptsächlich Telefon und E-Mails für die interne und externe Kommunikation genutzt. In dem wachsenden Team und der immer mobiler werdenden Arbeitsweise kommt es aber immer öfter zu Informationsverlusten und Hindernissen in der Kommunikation innerhalb der Organisation. Auch das Intranet, auf das mittlerweile von mobilen Endgeräten zugegriffen werden kann, erfüllt nicht alle Anforderungen an die interne Kommunikation. Welche Ideen kann Alex in den Teams vorschlagen, um die Kommunikation nach innen und nach außen zu verbessern? Kommunikation in Organisationen ist mit der voranschreitenden Digitalisierung präsenter als nie zuvor. Zu beachten ist, dass das Themenfeld der Unternehmenskommunikation ein Feld im stetigen Wandel ist und in den vergangenen Jahren stark an Bedeutung gewonnen hat. Mitgewachsen sind an dieser Stelle die neuen Möglichkeiten, aber auch Herausforderungen durch die digitale Kommunikation. Mangelhafte interne Kommunikation wird laut einer Umfrage des Dienstleisters Netigate von 37 Prozent der befragten Beschäftigten als größter Störfaktor in Bezug auf die empfundene Arbeitszufriedenheit betrachtet. Dieser Faktor wiegt zum Beispiel deutlich stärker als etwa zu viele Überstunden? Verschiedene digitale Kommunikationstools könnten hier die Lösung sein. Zu unterscheiden sind die Möglichkeiten der internen und externen Kommunikation, wobei häufig Tools für beide Einsatzzwecke hilfreich sein können. Schauen wir zunächst auf die interne Kommunikation. Alex war gar nicht klar, dass die Arbeitszufriedenheit im Team so stark von gelungener Kommunikation abhängt. Alex überlegt, warum das wohl so ist. Aus den Aufgaben und Zielen der internen Kommunikation lässt sich ihre Bedeutung für ein modernes, zukunftsorientiertes Unternehmen ableiten. Dazu zählen die Verbesserung der Stabilität und Produktivität des Unternehmens und die Mitgestaltung der inneren Sozialisation. Mit diesem Verständnis von interner Kommunikation können zentrale Aspekte wie Unternehmenskultur, Werte und das Leitbild eines Unternehmens vermittelt werden. Ohne korrekte und verlässliche Informationen können Mitarbeitende außerdem nicht ihr volles Leistungsvermögen abrufen. Kommunikation kann dabei nur dann dialogisch wirken, wenn sie in mehrere Richtungen fließt. Die Mitarbeitenden müssen Fragen stellen und Feedback geben können. Und auch der kollegiale Austausch muss gewährleistet sein, um sowohl eine hohe Produktivität wie auch eine hohe Arbeitszufriedenheit herzustellen. Mittels transparenter Kommunikation und der Nutzung passender Kommunikationskanäle kann die Motivation im Team gesteigert werden. Das erscheint Alex logisch. In der alltäglichen Arbeit ist die Herausforderung von guter Kommunikation immer wieder Thema. Beispielsweise, wenn in Gesprächen zwischen den KollegInnen deutlich wird, dass nicht alle gleichermaßen gut informiert sind und daraus Nachteile für einzelne Personen oder die Qualität der eigenen Arbeit resultieren. Aber wie soll das durch digitale Tools verbessert werden? Welche Tools können denn da eingesetzt werden? Zunächst ist es wichtig, sich einerseits zu überlegen, welche Informationen zwischen welchen Akteuren überhaupt zirkulieren sollen und sich andererseits durch den Markt der Möglichkeiten zu bewegen, um zu sehen, welche Tools es überhaupt gibt. Dies ist in der Regel ein längerer Prozess, der auch nicht abgeschlossen werden kann, da sich Anforderungen verändern und neue Möglichkeiten erschlossen werden können. Die Entscheidung für spezielle Tools ist nicht die Aufgabe einzelner Fachkräfte, sondern sollte in Unternehmen an der strategischen Ausrichtung und in Zielsetzung orientiert werden. Im Folgenden werden nun einige Möglichkeiten und deren Vorteile vorgestellt. Intranet ist gut geeignet für das Abrufen von kleinen und schnellen Informationen, die das gesamte Team betreffen. Hier können Sammlungen von Präsentationen und Infos eingestellt werden, die permanent aktuell gehalten werden können. Auch Kalender, Chatfunktionen oder ähnliches können integriert werden. Dieses Tool eignet sich besonders zum Schaffen eines Wir-Gefühls und es ist ein Zugriff unabhängig vom Endgerät oder der Anwesenheit im Büro möglich. Hierzu zählen beispielsweise SharePoint oder Bitrix24. Unternehmenswiki. Ein Wiki kann dann das allgemeine Fachwissen einer Organisation bündeln. Es können rasch relevante Informationen gefunden werden und es aktiviert Mitarbeitende zum Mitmachen. Es hilft bei der effizienten Einarbeitung neuer Mitarbeitender. Der Nachteil ist, dass es eine intensive Pflege und Aktualisierung erfordert. Unternehmensnewsletter. Ein interner Newsletter ist gut für zügige Verbreitung von Kurzinfos und Fakten wie zum Beispiel Personalien, Jubiläen etc. im Unternehmen. Themen können über geeignete Newsletter-Tools einfach aufbereitet werden und es können auch fest definierte Adressatenkreise ausgewählt werden. Daher ist dieses Tool für viele verschiedene Zielgruppen verwendbar. Unternehmensblog. Ist gut geeignet für Fachinformationen mit dem Ziel des Wissenstransfers, aber auch der Vermittlung der Unternehmenskultur nach außen. Ein Unternehmensblog kann für interne und externe Kommunikation eingesetzt werden. Videokonferenzen. Sind gut für die Übermittlung zentraler Botschaften und als Ersatz für Präsenzveranstaltungen geeignet, beziehungsweise als Ergänzung, wenn nicht immer alle TeilnehmerInnen am gleichen Ort zusammenkommen können. Sie lassen sich in Hybriden oder Remote-Situationen einsetzen. Dabei ermöglichen Videokonferenzen neben dem gleichzeitigen Austausch aller Teilnehmenden auch 1 zu 1 Gespräche oder Austausch innerhalb einer Kleingruppe. Gerade in Kontaktarmzeiten sind Videokonferenzen ein wichtiges Instrument, um miteinander im Gespräch bleiben zu können. Instant Messaging Tools. Messenger Tools sind vor allem gut für die informelle und rasche Kommunikation zwischen Mitarbeitenden und ermöglichen ein geringeres Mailaufkommen. Der klare Vorteil ist die Kommunikation in Echtzeit und die informelle schnelle Übermittlung von Informationen. Mitarbeitendenbefragung. Für das Einholen von Feedback bei Mitarbeitenden ist die Nutzung von Befragungstools gut geeignet und dient der Qualitätskontrolle innerhalb der internen Kommunikation. Sie geben Rückmeldung, Überstimmung und das Meinungsbild im Team. Alex ist wirklich positiv überrascht, wie viele verschiedene Möglichkeiten es gibt, intern zu kommunizieren. Besonders erfreulich ist, dass einige der Tools bereits im Team verwendet werden. Alex ist aber auch klar geworden, dass der Einsatz der verschiedenen Tools in der Organisation gut überlegt und geplant werden muss. Das ist jedoch keine Aufgabe für eine einzelne Fachkraft, sondern gehört in den Bereich der strategischen Organisationsentwicklung. So ähnlich wird es sich auch bei der externen Kommunikation verhalten, oder? Fragt sich Alex. Die externe Kommunikation in sozialen Organisationen findet auf verschiedenen Ebenen statt. Dabei geht es nicht nur um die Außendarstellung der Organisation und ihrer Öffentlichkeitsarbeit, sondern vor allem auch um die Kommunikationskultur mit den KlientInnen, Kostenträgern, Angehörigen und sonstigen Interessensgruppen. Für die Öffentlichkeitsarbeit von Organisationen gilt, die Entstehung von Social Media hat die externe Kommunikation von Unternehmen revolutioniert. Die Nutzung von Social Media und die redaktionelle Planung ist dabei ebenso Teil der strategischen Ausrichtung der Organisation. Die Kommunikation mit KlientInnen und Interessensgruppen, die direkte Akteure der sozialen Dienstleistung, sind, folgt dabei eher den Wegen, die eine Organisation auch für die interne Kommunikation beschreitet. So können digitale Tools zum direkten Instant-Messaging nicht nur im Team, sondern auch mit KlientInnen und Angehörigen genutzt werden. Genauso wie vorwiegend Telefon- und Mail-Kommunikation mit Kostenträgern stattfindet. Wichtig ist bei dieser Form der externen Kommunikation, dass Aspekte des Datenschutzes beachtet werden. Dies ist unter Einbeziehung von Datenschutzbeauftragten bei der Auswahl der jeweiligen Tools zu berücksichtigen. Wichtig ist, dass auch die externe Kommunikation Teil der Unternehmensstrategie ist. Es muss im Team bekannt sein, mit wem und mit welchen Tools wie kommuniziert werden soll und wie lang beispielsweise Antwortzeiten maximal sein dürfen oder wie genau die Signaturen aussehen sollen. Für Fachkräfte ist dabei entscheidend, sich diese Informationen in der Organisation abzuholen oder darauf aufmerksam zu machen, dass Absprachen diesbezüglich im Team Verlässlichkeit schaffen und ein gemeinsames Bild nach außen repräsentieren. Alex hat verstanden, dass es durch die Digitalisierung tatsächlich eine Menge neuer Möglichkeiten gibt, innerhalb der Organisation, aber auch nach außen zu kommunizieren. An vielen Stellen ist eine Kommunikationsstrategie der Organisation erforderlich und auch jede einzelne Fachkraft kann dazu beitragen, dass die Umsetzung und Nutzung der einzelnen Tools funktioniert. Gerade in der Kommunikation nach außen scheint es wichtig zu sein, sich auch über den Aspekt Datenschutz im Team auszutauschen und gemeinsame Regeln dazu aufzustellen. Alex stellt sich vor, dass das Team sich Gedanken darüber macht, welcher Instant Messenger in Zukunft genutzt werden soll, damit ein zügiger Informationsaustausch stattfinden kann. Nach innen und nach außen. Außerdem nimmt Alex sich vor, über verschiedene Tools zum Thema Intranet und SharePoint zu recherchieren und mit der Leitung der Organisation darüber zu sprechen.